Musik Seit etwas mehr wie fünf Jahren gibt es die kleine Oase. Ich habe angefangen auf meinem Gelände von der ehemaligen Spedition. Da Sonderposten zu verkaufen und das war so der Anfang dessen, was so meine Laden-Historien betrifft. Ich bin dann von dem Laden aus dem, das war ursächlich war das ein Container, in dem 60 Quadratmeter waren, so ein Bürokontainer und da habe ich angefangen zu verkaufen. Dass man alles das findet, was man eigentlich nicht wirklich hier vermuten würde. Von Antiquitäten, über Dinge aus dem Haushaltsgebrauch, über Kleidung, über Seife, über Parfum, über Dekogeschichten, Geschenkartikel, alles was man so als nützlich oder unnützlich bezeichnen würde. Musik Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Sie können den Vormittag bei uns verbringen, Sie können Kleidung anprobieren, Sie können sich Geschenkartikel anschauen, Sie können nachmittags vor uns Kaffee trinken und ein bis zweimal im Monat können Sie auch am Abend teilnehmen. Das war's für heute. 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 Und dann gibt es im November haben wir einen Musical-Abend, dann im Dezember kommt wieder eine Lesung zu Weihnachten halt mit allem drum und dran im tollen Weihnachtsmenü. Ja, und so geht das weiter und alles andere sieht man dann im Internet und das Ergebnis dieser Geschichten findet man auch im Internet, auf meiner Seite eben halt, um zu gucken, was dort alles so passiert. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.